Es gibt 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 Nein, egal. Es gibt U8 Das ist ein toller ort hier u8 gefällt mir ich mag u8 Hi, golbert, tschüss golbert Essen Alles sagt darunter Das bläbersamen ist nämlich mit Ja, können wir essen Oh, gott hey Von gobel lasse ich mich doch nicht klein kriegen. Ja, ich sehe ich Ja Wenn wir dir zack Ja Verdammt Erlebt noch was Aufgestuft attacke hat Ich bin grad mega verrückt passiert aber pikachu kriegt level 15 das ist doch immer hin und weiß Und ich weiß ja folge sein ist eigentlich seine sein aber Wir machen noch den dungeons kurz zu ende Denn ich weiß es irgendwo das ziel Schau mal was wir eingesammelt haben pikachu kann jetzt wieder rumspielen Ja, ich wusste pikachu wird ein stein werfen ich wusste es einfach macht er immer Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh nein, 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 nein Ich bin dort Mist lebersamen kill es geht doch ist in die treppe verflucht das gibt's doch nicht wo ist sie hier doch hier ist ein tangela cool ein stein geil hey 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 dich trinke ich noch schnell ja hier wo geliebt nicht so wichtig wie schlammert auch steine zu schmeißen mensch gut sehen es geht noch weiter wie lange ist dieser dungeon jetzt mal ernsthaft wie lange ist er dann ich dachte jetzt hören wir anscheinend nicht direkt du sag ich weiß noch meinen stein da komm habe ich kein stein mehr okay oder kommt viele gehen auf uns zu sind das vielleicht andere retter teams wie auch immer wir müssen fliehen die karte ist es egal kommt wie einfach da oben ist die treppe die führt uns vielleicht raus wenn wir glück haben 11 es geht noch mal noch weiter das kann doch nicht wahr sein geht es wirklich immer noch weiter es sieht so aus schnell raus kannst du sagst anführer sein komm schon weg hier mein gott alter du kriegst aber erst mal ein eisenschweig ja aua und endet weg mit dir oh gott und nein 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 die können echt richtig gefährlich sein zum teil da muss man wirklich aufpassen mit und das geld hatte wir sagen ich konnte das geld ok wo ist der ausgang nein wo ist der ausgang folge ist zu lang weil ich wohl die folge splitten müssen auf welcher auch keinen bock hat vielleicht ist das auch schon gerade eine neue folge dabei gar nicht wie ich das bitte wie zusammen lassen es einfach ist lohnt sich nicht und ab für apfel 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 weitergehen und zwölf es geht noch weiter was ist denn das sein träger hilft freunden in not wird ein naher mitstreiter mit niedrigem angriffen nimmt der träger den schaden auf sich das ist cool dann immer mit das nehmen wir mit den tendenten tendent aus hier u13 immer noch verdammt alles noch so ein item nämlich essen ignorieren erst mal greifen ihn an pass auf pikachu wird gefährlich sein ok kraft bandana ja warum nicht aber man mitnimmt kann man bestimmt gebrauchen packen wir mal ein top äther weg das können wir ja sofort benutzen eigentlich ne ja kommt benutzen das mal für rasierblatt definitiv nicht noch so ein tangela ich hab keinen bock auf euch ja du kannst dir gerne das item nehmen alles gut bei dir pika hallo online pika ich brauche vielleicht etwas unterstützung von dir pika das album nicht so Es tut mir so leid. Ich war verwirrt. BAM! Äh, was? Ich hab keine Bläbersamen mehr. Äh, Scheibenkleister. Nein! Oh Gott. Ich hab Angst. Langsam, 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 langsam. Treppe? Treppe. Treppe. Ich bin tot. Oh, oh. Hier ist nur Geld. Was ist hier? Keine Treppe. Ich achte mal auf die Gegner. Oh, oh. Ich darf nicht verfolgt werden. Nicht, dass mich irgendwer sieht. Weil da werde ich nämlich verfolgt, wenn mich jemand sieht. Chaos Samen. Oh Gott, da kommt einer. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Okay. Ah. Wo ist das Ziel nur? Egal. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Doch. Nee, ich lass es. Scheiße, hab ich gesehen. Oh, oh. Oh nein. Die haben mich alle, glaub ich, gesehen, oder? Oh nein. 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 Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hinter mir ist auch noch einer. Nein. Nein. Als ob. Als ob. Nein. Niemals jetzt. Nein. Oh mein Gott, nein. Hau ab, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich alleine. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Muss er weg. Oh mein Gott. Und da er es geschafft hat, habe ich es auch geschafft. Oh Gott. Oh Gott, war das schwer. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie ja, da drüben. Folgt Mike. Ah, da kommen sie, lauf. Stehen bleiben. Lass sie nicht hinwischen. Sie erwarten doch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Oh nein, da. Ein Vulkan. Oder besser gesagt, der Flammenberg. Oh, der Feuerberg. Das ist der Feuerberg. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Ich meine, du bist ein Pflanzen-Pokémon. Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Mike? Seh mal, da sind sie. Schlappt sie euch. Oh Gott, wir müssen weiter rennen. Da ist nichts anderes übrig. Komm, wir gehen, Mike. Okay. Oh Gott. Seht, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerwerk. Sind sie verrückt? Der Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. So weit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Halt eure Augen offen. Roar. Ich glaube, sie sind weg. Und wir kommen zu einem der besten Soundtracks im ganzen Spiel. Puh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber wir können uns nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, soweit du soweit bist, Mike. Das wird ein krasses Ding. Das wird krass, Leute. Das wird krass. Der Hype ist real, Leute. Der Hype ist real. Ich kann es nicht verteilen. Oh, doch, warte, kann ich doch. Oh nein. Kann ich das nicht machen? Nee. Was heißt ja eigentlich dieser Haken daneben? Muss ich nicht verstehen, oder? Was hab ich gemacht? Okay. Ups. Ups. Was? Okay. Ja, lassen wir das lieber. Fangen wir an. Ja. Welche Richtung? Felsfahrt? Felsfahrt? Feuerberg? Zum Felsfahrt erstmal. Das ist zum Trainieren, glaube ich. Da gehen wir mal ganz kurz hin. Gucken wir uns das mal an. Ja, ist zum Trainieren. Ich meine, die Musik. Ist zum Trainieren. Das können wir uns mal kurz nach Hanscha hauen. Auch wenn ich nicht denke... Dass wir es brauchen. Äh. Ups. Äh. Das Spiel ist tatsächlich schwer, als ich dachte. Finde ich cool. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Oh, ein Apfel. Das ist nicht euer Ernst, Alter. Hat nur einmal und danach machen wir direkt den Feuerberg. Und wir können doch schon denken, was da passiert. Aber ich sag noch nichts. Für die, die es nicht wissen. Oder sich dabei nichts denken können. Ach, jetzt weiß ich glaube ich, was die schlafsamen machen. Ich kann die in den Gegnern hinschmeißen und eventuell nehmen sie dann die schlafsamen und essen und sterben. Und dann schlafen die, glaube ich, oder? War das nicht irgendwie so? Ich glaube schon. Wissen tue ich's aber nicht. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Du, 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 du. Nö, 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 nö. Oh Gott. Da hinten. Schnell. Weiter. Hm. Hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Hi. Pikachu? Wirst du mir vielleicht helfen? Super. Ja, danke Pikachu. Das wäre echt nett von dir, ne? Danke. Ja. Danke. Geht doch. Kommt ab. Schlafsamen auch diesen Sonnenunnötig. Hm. Da ist noch ne Treppe und eine Sinebeere. Nehmen wir gerne mit Ja, ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich bin tot Scheiße Pika muss das alles alleine machen oder in seiner anderen sind job nein die weg ich muss zum job Diese dich Das Gibt es denn so Okay, nein, hier gibt es nichts besonderes leider Die musik Die Den 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 Oh nice nice Zweimal miteinander ein volltreffer Oh nein, oh nein, hau ab, hau ab, bitte hau ab, oh gott Was ist das eine linkbox Alles ist eine linkbox damit kann man das ist halt Schluppok nur nebenbei zwischendurch so Ja, nehmen wir mit Warum nicht Dafür packen wir natürlich Den ganz normalen stinknormalen sammeln weg Den eh niemand will Verdammt Aber warte da unten können wir zumindest schon mal Oh, hier gibt es einen push Nice Den brauche ich Okay, nice Warte, was ist das Ich kann nicht benutzen Das Spiel zusammen ist wirklich ganz weg Oh nein Weiter Okay, das war's Okay, den Felswart haben wir Machen wir doch den Feuerberg Hm? Äh, was? Hier waren wir doch schon einmal Sind wir nicht von dieser Stelle aufgebrochen? Ich vermute der Vater hat uns im Kreisraum geführt Wir müssen wohl durch den Feuerberg Wenn wir weiter wollen Okay Ja, dann, äh, let's go Warte, hab ich wirklich nicht noch irgendwas? Nee Eigentlich nicht Doch Ein mini belebensamt Den nehme ich mit Definitiv Der kommt mit Okay, go Ja Nein, ich wollte ja sagen Biedel Ja, ich will mich ja beeilen Let's go Zum Feuerberg Das sieht nicht gerade einfach aus Aber wir sollten nicht aufgeben Biedel 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 Boah, dieser Ort sieht so geil aus Oh, ich war schon die ganze Zeit so geil auf diesem Ort Biedel 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 Sie müssen wechseln pikachu du musst auf dich ist verlassen ist ein tolles pokémon ja aber hilft man ja Nice Demo so alleine machen Fühlt sich etwas schwach ach das fast schon Dachte ich Aber es ist mir egal ich muss dir helfen Gott Oh gott oh gott oh gott Oh nein das war eine dumme idee ich wollte eigentlich noch schräg ich bin oder bin ich tot Oh nein Wie wir sagen gibt mir leben bitte gibt mir leben Oh gott oh gott da kommt noch einer Ich weiß nicht Nein pikachu hör auf Komm schnell weitergehen oh gott E2 Oh gott nein komm welche weg da weg da weg da komm Oh nein da ist auch einer Oh nein da ist auch einer Ich bin oh mächtig oh nein Kill es bitte Nein Oh gott Was Ja kill es Oh nein ich bin tot R bureaucracy blatt zack Jetzt kill's Nice gut gemacht pika okay auf der treppe e3 wir gerne mal in den kommentaren schreiben das euer lieblings soundtrack aus diesem spiel ist wenn es eine aus late game dann dürft ihr trotzdem den namen sagen aber nicht sagen ja was da passiert das könnte dann in der folge machen das dann rankommt gena oh gott ich bin müde nice ich werde belohnt mit level 20 uns bestraft zugleich denn jetzt schlafe ich ein glaube ich noch nicht okay komm schon pikachu nein warum nur 9 ich bin tot ja die die ich habe noch ein beliebersamen ich habe echt mehr ins dojo gehen sollen ich habe gedacht das spiel wäre nicht so schwer egal angriff ach jetzt merke ich es erst ich wollte uns doch die items hier kraft bandana beide gibt es bei mir oh gott angst was mache ich egal ich gebe ich kann schnell noch das kraft bandana so nice weil nach unten müssen ausgang finden noch marken kommt warte wenn du brennst du bären müssen dafür verbrennen ich habe keine verbrennung dingen aus beleid aber wir können gerade nichts für ich tun hier doch hier drauf bringt das nichts bei sowas jetzt wusste ich jetzt nicht online ich habe keinen dings mehr verdammt ich habe keine beleber sagen ich würde ja gerne belebe sagen im einkaufen gehen aber nein warte mal ich habe vielleicht ein ort womit ich zum shop kann direkt nein leider nicht nein 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 beeilung weilung stirbt schnell ich muss weg bevor mich das ding erwischt gott ich habe angst nein gott egal weiter einmal weiter e4 erst e4 ich habe wir sind schon etwas weiter als das ich bin so war ich bin tot ich wäre werden verlieren leute das erste mal haben verloren wenn in einem dungeon kampf umfähig wird kann zum hilfe bitten wirst du gerettet kannst das abenteuer dort wieder aufnehmen wurde kampf umfähig wurde ohne items geld oder die pokémon mit denen das abenteuer gemeinsam bestritten hast du verlieren ja dann können wir mal gucken wie können wir nur mitte bitten wenn du eine wenn du einen mitschreiter werden möchtest du in einem dann schon kampf umfähig wurde dann wähle im stadtmenü freund rettung aus und begib dich zu beliebten post ja was mache ich jetzt wo sie das als wirst du in einen danken gewangen wir sollen im fall hilfe anfordern und andere teams und will zu bitten wir kommen bei den papas die libra portal hilfe anfordern über das internet oder der name deines teams kann über das internet von anderen spielern gesehen werden bitte wie die belohnung standard spezialer gelachsie teurer ist wertvoller das geschenk für ein geschenk entscheidest das geld kostet dann wird es von den expandischen machen wir ein spezial set ach das muss da in der bank sein ja ich habe nichts in der bank abgegeben ok ok das ist schon eine dreidingsschwierigkeit in d ok ok das ist interessant können wir auch freunde helfen da werde ich mir erstmal schlau machen mal gucken ob es funktioniert ansonsten werde ich wohl ein paar sachen verlieren müssen und noch mal den land schon neu machen also wir werden meine nächste folge sehen wie es sich auswirken wird euch gefallen und lasst dann trotzdem gerne ein like da aber ist auch cool und ja haut rein schönen Tag noch